Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal sind wir hier wieder im Sumpflager angekommen und haben Korkalom die Minecrawler-Eier vorbeigebracht, nach denen er gefragt hatte, also die er uns ausgeschickt hat zu suchen. Er wusste zwar nicht, dass es sich um Minecrawler-Eier handelt, aber er wusste, dass es irgendetwas unten in der alten Mine geben muss und ja, das haben wir hier geholt. Und wir haben dann direkt einen weiteren Auftrag bekommen und zwar brauchen wir noch ein Buch, einen Almanach und den sollte der Novize Thalas besorgen aus dem alten Nager, aber leider wurde er überfallen und wir haben uns natürlich nach einer versprochenen Belohnung dazu bereit erklärt, dass wir ihm helfen und irgendwie müssen wir hier die Anrufen vorantreiben. Deswegen reden wir mal mit dem. Ja, rauch du erstmal, ist gut, du brauchst nicht mit mir reden. Du bist Thalas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Aber ich will dir helfen, Mann. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Also mache ich die ganze Arbeit. Hm, gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Ich glaube, das klingt ganz fair. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Nee, naja, da springt wenigstens noch ein bisschen was für uns raus, weil wir gehören in dem Lager überhaupt nicht an. Wir sind ja Feuermagier. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Schauen wir mal, ob die 50 Erz das wirklich wert waren. Ich weiß gar nicht, ob irgendetwas anderes passiert, wenn wir nur auf 30 Erz bestehen. Ob wir dann irgendwie später von Thalas noch etwas bekommen können, aber das habe ich bisher noch nie ausprobiert und wahrscheinlich kriegen wir dadurch auch einfach nur weniger Erz und Thalas ist froh, dass er nicht so viel zahlen muss. Hm, naja. Egal. Naja, anscheinend bleibt die ganze Drecksarbeit mal wieder in uns hängen, aber das sind wir ja schon gewöhnt. Das ist irgendwie anders, kennen wir es ja gar nicht aus dieser Kolonie. Deswegen machen wir es einfach. Ich meine, es gibt vielleicht auch ein bisschen gute Erfahrungen, vielleicht finden wir auch nicht die Gegenstände. Ich meine, wenn die Goblins so Novizen überfallen und ihm ein Buch klauen, wer weiß, was die dann sonst noch so in ihren Höhlen versteckt haben. Hm, schauen wir mal. Tja, da kann ich dann die Windfaust auch nochmal ausprobieren, die ja so gut funktioniert hat das letzte Mal. Wobei, da hätte ich vielleicht vorher das Mana aufladen sollen. Ich glaube, ich habe aktuell nur 5 von 32. Das ist nicht so viel, aber egal. Ich habe ja immer noch mein treues Schwert und ich glaube, das wird hier auch gute Dienste leisten. Hm, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo wurde er von den Goblins überfallen? Das muss ja irgendwo zwischen dem alten Nager und dem Sumpflager liegen. Und da gucken wir mal. Solange es nicht im Wald beim Schattenläufer ist. Wobei dann wäre Thalas wahrscheinlich auch nicht in der Lage gewesen, zurück ins Sumpflager zurückzukehren. Zurück zurückzukehren, genau. Ist klar. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Boah, es ist noch weit. Ich muss mal. Ich werde ein Eis. Ich habe Hunger. Thalas, mach mal was. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biest. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. War ja klar. Du oller Feigling. Na, er hat leider auch nichts weiter zu sagen. Oh, da seht ihr sie schon. Da hüpfen sie rum. Ich glaube, ich möchte einmal meine Lebensenergie auffüllen. Da fehlen uns 32. Mal gucken, ob ich das gut auffüllen kann. Dann haben wir noch einfach zwei Höllenpilze. Dann haben wir schon mal 12. Dann brauchen wir noch einmal 20. Dann können wir einfach zwei Waldbeeren nehmen. Dann haben wir wieder volle Lebensenergie. Vielleicht sollten wir auch Mana mal aufladen. Was haben wir denn überhaupt? Steinwurzel, Rabenkraut, Blutbuchensamen. Na, wirklich viel fürs Mana aufladen gibt es ja nicht. Aber wir haben ja auch Tränke bekommen von Korkalom. Allerdings stellen die direkt 70 Maler wieder her. Das ist ein bisschen eine Verschwendung. Die Essenzmagische Energie könnten wir dann eventuell mal verwenden. Aber, naja. Ich glaube, dann starte ich hier mal den Kampf irgendwie mit dem Feuerball. Wobei, vielleicht sollte ich auch einfach reinrennen. Denn das große Problem ist, dass diese Viecher sehr gerne mal hier von der Brücke runterfallen. Und dann kann man sie nicht mehr richtig looten meistens. Ja gut, ich habe gespeichert. Ich renne jetzt einfach mal da rein. Und versuche die mal so ein bisschen von der Brücke wegzulocken. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich meine, wir haben ja schon mal gegen die gekämpft. Es sollte eigentlich kein großes Problem sein. Eigentlich. Ja. Wunderbar. Die geben auch gute Erfahrung. 120 pro Goblin? Ja, das war ja kein Problem. Ich weiß gar nicht, was Talas da hat. Ich glaube, wir können die nach wie vor nicht ausnehmen. Wir können nur die ganzen Nagelkeulen mitnehmen. Wahrscheinlich lohnt sich das überhaupt nicht. Aber naja, egal. So, ich speichere nochmal. Denn das waren bei weitem nicht alle Goblins. Nein, nein. Ich möchte einmal demonstrieren, wie viele Goblins hier in dieser Höhle hausen. Deswegen gehe ich da einfach mal rein. Und dann demonstriere ich euch auch, dass obwohl die Goblins nicht viel drauf haben, man hier doch sehr schnell drauf gehen kann. Ja, hier sind zwei. Das ist ja noch nicht viel. Da kommen welche an. Ups, ich wollte eigentlich nach rechts abbiegen. Egal. Na, kommt. Kommt mal hinterher. Was denn jetzt? Sind die jetzt nicht immer aggressiv? Nö, die haben jetzt die Jagd aufgegeben, oder wie? Ja, kommt. Ja, kommt. Da sind noch mehr. Also man sieht hier schon so eine ganze Meute drin. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das noch mehr sind. Aber vielleicht habe ich auch einfach die von vorne noch mit in Erinnerung gehabt. So, wenn ich jetzt einfach die mal mich angreifen lasse. Wobei. Irgendwie schrumpft meine Lebensenergie nicht wirklich. Ich hatte das hier wesentlich schwieriger in Erinnerung, muss ich gestehen. Aber da muss ich jetzt noch nicht mal laden. Da kann ich ja einfach die jetzt hier einmal fertig machen. Die haben ja überhaupt nichts drauf. Ich wusste gar nicht, dass die Feuermagier-Hobe wirklich so stark ist. Krass. Weil normalerweise ist ja man ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich... Da kommen ja immer mehr. Hm, warum ist das nicht wohl versteckt? Normalerweise sollte man ja zu diesem Zeitpunkt level up. Ich komme einfach nicht dazu, diesen Satz zu beenden. Ich lasse mich immer wieder ablenken. Also normalerweise sollte man ja schon in der Gierde oder in dem Lager, in dem man sich angeschlossen hat, aufgestiegen sein. Das heißt, entweder Gardist oder halt eben Feuermagier im alten Lager. Im Sumpflager dürfte man schon Templer sein und im neuen Lager zum Söldner aufgestiegen. Und da sind sogar noch mehr. Wo sind die denn alle geblieben? Ich wollte eigentlich so eine riesige Meute hinter mir her haben, die mich dann umkreisen und fertig machen. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Na toll. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde, aber irgendwie... Ich will euch ja auch so eine kleine Show bieten hier. Also ich hatte mit denen auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr Probleme als jetzt. No, bist du alleine? Komm, ich schicke dich zu deinen Freunden. Dann könnt ihr alle im Goblin-Himmel oder in der Goblin-Hölle, je nachdem, euer Unleben weiterführen. Oder ihr kommt als Zombie-Goblins zurück. Das wäre doch mal was. Zombie-Goblins hier. In der Kolonie. Warum denn nicht? So, haben wir hier noch irgendwelche schönen Gegenstände? Nö, haben wir nicht. Na gut. Das speichere ich mal eben ab. Und dann gucke ich mir auch nochmal an, wie das hier unten beim Fluss aussieht. Hier scheint aber nichts weiter zu sein. Also man kann irgendwie schon noch versuchen, die irgendwie zu bekämpfen. Aber das Problem ist, wenn die in den Fluss fallen, kommen die meistens nicht so richtig da raus, weil sie eben Probleme haben, hier dieses Stück Land zu kommen und dann hier hochzuklettern. Und im Wasser können wir halt auch nicht mit dem Schwert kämpfen. Das heißt, du müsst sie irgendwie im Fernkampf erledigen und das ist alles nicht ganz so einfach von hier aus. Deswegen ist das ganz gut, dass ich einfach über die Brücke gerannt bin. Ups, falsche Taste. Über die Brücke gerannt bin und... Na, kletter. Kletterst du da jetzt bitte mal hoch? Vielleicht fällt es dir hier einfacher. Ja, okay. Das war einfach zu hoch für dich. Haha. Na gut. Das ist immer schlimm, wenn man neben den Let's Plays noch andere Spiele privat spielt. Und dann beispielsweise die Sprungtaste auf der Leertaste ist und dann fängt man Gothic an und da zieht man mit der Leertaste das Schwert. Das ist ein bisschen doof. Muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Aber es sind, glaube ich, wirklich solche First World Problems. First World Let's Player Problems. Oh Mann. Naja. Dann schauen wir mal an, ob die Goblins hier auch irgendwie was Schönes sich noch geraubt haben. Das sieht irgendwie nicht so aus. Hier gibt es nur feuchte Wände und Pilze. Hm. Aber ich will doch Loot haben. Na, ein Trank? Ist das ein normaler Heiltrank? Ja. Ich glaube, das war sogar ein Elixier heilender Kraft, oder? Ne, wir hatten vorher schon drei davon. Dann war es irgendwie ein Essenz heilender Kraft. Hm. Ein wenig enttäuschend. Aber ich möchte auch mal schauen, wie viel Erfahrung brauchen wir noch? Ah, noch ordentlich bis zum nächsten Level. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel Erfahrung wir brauchen, um jetzt die Stufe 13 zu erreichen. Aber die Goblins hier dürften uns ja gut was gegeben haben. Ich meine, jeder von denen bringt irgendwie 120. Und das waren vielleicht zwei Dutzend, wenn nicht mehr. Das dürften schon, na gut, die meisten sind schon despawn, aber das dürften schon so gut 2.000 bis 3.000 Erfahrung gewesen sein. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ne Fackel, wir brauchen noch keine Fackel mehr. Naja. Ne Spruchrolle. Und Hauptsache Bier, natürlich. Aber alles schön hier an der Wand angeordnet. Irgendwie ganz dumm sind die Goblins ja nicht. Guck mal in die Kisten rein. Und da haben wir in den Almanach. Also, ich meine, die Goblins scheinen ja hier so einen kleinen Lagerraum zu haben mit den Kisten. Das ist schon Zeichen intelligenten Lebens. So, Almanach. Ach, dieses uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich alle auf die Verwendung sogenannter Fokussteine beziehen. So, jetzt machen wir mal alles mit hier noch. Ich hoffe mal, dass ich die andere Kiste aufbekomme. Und eigentlich wollte ich die Bärin noch ausrauben. Das habe ich komplett vergessen. Ach, ich muss sie gar nicht aufschließen. Die ist schon offen. Dabei ist ja einfach ein Schloss davor. Da ist ein schönes dickes Vorhängeschloss. Naja, egal. Zum Beispiel habe ich mir Dietrich hier gespart. Ist ja auch nicht schlecht. Können wir den lesen? Kapitel 23 Die gebündelte Macht Die im Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag. Das liegt alleine in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der Arkanenkraft zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gepflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Doch einen gebrauchten Fokusstein wieder erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte. Diese Formel aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. So dann, Wissender, öffne deinen Geist für die Worte alter Macht. Spannend. Vielleicht werden wir ja so als Magier auch irgendwann mal solche Formeln lernen. Und Fokussteine mit Magie wieder füllen oder andere Artefakte benutzen. Das war's. Naja, ein bisschen Erz ist bei rumgekommen. Der Eimer nach, aber ansonsten hatten die ja nichts wirklich Schönes. Außer dieser Streitkolben war gut, aber... Nee, anscheinend nicht. Streitkolben, ach so. Na, nee. Er war nicht gut. Nur gut. Dann wollen wir mal Talas die frohe Botschaft verkünden. Oh, ist schön mit dem Mond, der da gerade hinten aufgeht. Das gefällt mir. Ist alles irgendwie auch noch so in einem roten Schimmer von der untergehenden Sonne. Durchaus hübsch. Ich meine, wenn man bedenkt, das Spiel ist von... Jetzt müsste ich ein Datum haben. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist. 2000, 2001. Und dafür ist das schon... sieht das echt gut aus. Vor allem mit der Draw Distance. Das ist schon ordentlich. Da brauchte man damals einen richtig starken PC für. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Einverstanden. Dann gehen wir mal wieder zurück hier. Du warst richtig nützlich, Talas. Echt danke. Ohne dich hätte ich das hier niemals schaffen können. Ähm... Naja. 50 Erz haben wir immerhin damit verdient. Aber es ist das nächste Mal. Solltest du vielleicht... ...selber versuchen, da reinzugehen. Ich meine, du hast gesehen, die schwarzen Goblins waren jetzt nicht so stark. Ich meine, wir als Magier haben nicht mal... Oh, ich rede jetzt schon mit Talas. Im Plural ist Majestat ist klar. Ich als Magier habe da nicht besonders viel machen müssen. Also ich als Magier bin mit Schwert reingegangen. Und musste nicht mal irgendwelche Zaubersprüche anwenden. Und das kannst du ganz bestimmt auch. Glaub mal. Du kriegst den... Oh, warte mal. Ich will mal was versuchen. Talas, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nein, ich hätte gerne... Habe ich nicht die Windfaust ausgerüstet? Ne, ich habe die Rune nicht ausgerüstet. Warum das denn? Wahrscheinlich funktioniert das sowieso nicht, was ich vorhabe. Weil Talas weiter geht, sobald ich hier weiter runtergehe. Höchstwahrscheinlich. Aber ich wollte eigentlich... Ja, gehen wir noch ein Stück weiter. So ein Stückchen. Kleines Stück. Kleines Stück. Talas. Noch ein kleines Stück. Na komm. So. Jetzt musst du aber bitte stehen bleiben. So, ich hoffe, das funktioniert. Hup. Oh. Wirklich weit fliegt der ja nicht. So, wir haben doch irgendwo hier noch irgendwas, was Mana wiederherstellt. Na, nicht die Blutbuchen, sie haben die Stellen nur fünf wiederher. Eine Steinwurzel. Flup. Der fliegt aber auch echt nicht weit, ne? Nein. Du sollst stehen bleiben. Ich möchte dich in den Fluss schubsen. Bewege ich ihn damit überhaupt vor? Ja. Ein bisschen. Und tschüss. Ja, der ist jetzt wohl weg. Mal gucken, ob wir ihn noch wiederfinden. Ja, hier ist er jetzt. Okay, aber wir sind tot. Aber Hauptsache Talas hat das überlebt. Na gut. Das war es mir wert. Ich hoffe, wir finden irgendwie noch eine stärkere Windrune. Ich kann mir nicht vorstellen. Also die vom Sektenlager haben ihre eigene Schläfermagie. Das ist das ja nichts anderes. Und das erkennt man übrigens auch an der Runenfarbe. Also es gibt so allgemeine Zauber wie beispielsweise Heilung und Licht. Die haben gelbe Runen. Dann gibt es eben die Feuermagie-Zauber. Die haben halt rote Runen. Dann gibt es von den Wassermagiern noch was. Das sind blaue Runen. Und dann eben von der Magie des Schläfers sind die grünen Runen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur die Windfaust gibt. Es wird dann auch andere Sprüche geben. Und ich hoffe halt eben auch irgendwie noch einen stärkeren Windzauber, mit dem man die Gegner weiter wegschubsen kann. Wahrscheinlich hat es auch einen höheren Effekt, wenn ich näher dran stehe. Aber da ich nicht so nah an Talas ran konnte, ging das halt nicht. Aber irgendwie an sich ist das schon ein bisschen enttäuschend, was die Windfaust drauf hat. Also da bleibe ich dann doch lieber beim Feuerball. Oder wie gesagt, alleine beim Feuerpfeil. Der verbraucht... Wie viel Mana? Wie viel Schaden macht der? Der macht... Nein, das ist der Feuerball. Der Feuerpfeil macht 30 Schaden für einen Mana. Und die Windfaust macht 30 Schaden für drei Mana und muss aufgeladen werden. Das lohnt sich echt nicht. So, überhaupt nicht. Also irgendwie... Ne. Vergessen wir das. So, bringen wir mal Korkalom den Eimer nach. Oder willst du das machen, Talas? Willst du den Ruhm für dich einstreichen? Hier sind wir wieder. Am besten du bringst den Eimer nach gleich zu Korkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst. Darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Du faules Stück, ey. Na gut. Dann bringen wir das mal zu Korkalom. Ich habe bestimmt noch hohes Fleisch, oder? Vom letzten Jagdtrip. Können wir eigentlich gerade noch ein bisschen was braten. La, 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 la. Ach, wobei, ich glaube, ich mache das lieber offscreen. Dann werde ich das bis zum nächsten Mal. Das ganze Fleisch einfach braten. Und dann kann ich die Zeit hier sinnvoller verwenden. Weil ich, das ist ja auch nicht besonders interessant. Also hätte ich irgendwas Spannendes zu erzählen irgendwie. Und dann ginge das ja. Dann kann man da so eine kleine Interlude draus machen. Oder Interlude, Interlude, Inter... Ein, ein... Ich zähle mir keine deutsche Übersetzung dafür ein. Hm. Hm. So ein Zwischending. So. Zwischen der einen Sache und der anderen Sache. Dass ich halt einfach Pause mache und Fleisch brate und davor bei erzähle. Aber egal. Ich habe nichts Sinnvolles zu erzählen momentan. Ich glaube, man merkt es, dass ich gerade nur Blödsinn labere. Deswegen ist das auch nicht so verkehrt, dass ich das offscreen mache. So. Wenigstens sind wir jetzt auch schon bei Korka Lom. Ich hoffe, der ist auch noch in seiner Hütte. Jawohl. Fleißig, fleißig. Was willst du? Doch klar, dass das mal... Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Alles klar. Das klingt doch gut. Was willst du? Rein zügig haben wir ja auch gerade... Ach ja, genau. Er hat uns ja eine Belohnung versprochen. Und die wollen wir natürlich haben. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Oh, ich kann noch einen Mana-Trank nehmen. Ah, ich hätte speichern sollen. Nein, ich will nicht die Spruch rollen. Nein, ich habe... Oh. Ich habe aus Versehen... Wo habe ich gel... Oh, verdammt. Okay, wisst ihr was? Ich... Ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Und ich habe gerade Korkalom davon überzeugt, dass er die Spruchrollen zurücknimmt und uns eine andere Belohnung gibt. Und zwar möchte ich gerne den Mana-Trank nehmen. Mana-Tränke. Wir mögen diese Tränke dir Kraft schenken. Schade. Ich hatte gehofft, dass das wieder ein Trank ist, der... Der unser Mana permanent erhöht. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber normale Mana-Tränke sind auch okay. Nehme ich gerne. Was haben wir denn da bekommen? Ich muss mir echt mal merken, wie viele von welchen Trinken ich habe. Naja, egal. So, ja, ihr seht, ich habe auch ein bisschen Schaden genommen. Ich bin nämlich die Leiter nochmal hier hochgeklettert und habe oben wieder losgelassen. Weil ich so schlau bin. Aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. So. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir uns jetzt erstmal ausgeruht. Wobei, müssen wir das wirklich... Ich mache das jetzt einfach. So, wir legen uns jetzt mal hier hin. Schlafen mal eine Runde. Dann ist das mit dem Schaden auch nicht so schlimm. Dann laden wir unser Mana wieder auf. Also, ich hoffe, wir laden unser Mana wieder auf. Jawohl, 32 und 32. Holen uns unsere tägliche Ration Sumpfkraut ab. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Ihr nehmt drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Genau. So, und weil das so ein anstrengender Tag war jetzt. Ich meine, wir waren auf der Jagd. Und dann haben wir noch die schwarzen Goblins besiegt und so. Und warum zur Hölle? Was schwebt da in der Luft? Das sieht sehr seltsam aus. Sieht aus wie irgendein Effekt einer Kerze oder so. Ach, das soll wahrscheinlich hier in diesem... Da unten drin schweben. So eine kleine Feuerschale. Aber irgendwie ist der Effekt an der falschen Stelle gesetzt. Und naja, egal. Legen wir uns nochmal hin. War ja alles anstrengend. Wir schlafen uns mal so richtig aufs. Aufs. Wir schlafen uns aufs. Genau. Nein, wir schlafen uns natürlich aus. Und jetzt haben wir wieder Nacht. Ah, wir haben Abend. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Schauen wir mal auf dem Tempelvorplatz vorbei. Ja, eigentlich hätte ich ja auch direkt in der Nacht jetzt hier hingehen können. Aber ich finde das so ein bisschen doof, direkt da hinzugehen. Denn Korkalom meinte, ja, er muss erstmal Vorbereitungen treffen. Und im Eimer nach selbst stand ja auch drin, dass man erstmal diese Formel überhaupt lernen muss und so. Und deswegen, Korkalom muss ja überhaupt erstmal hinkriegen, dass er das alles auch schafft. Ja, deswegen finde ich es eigentlich so atmosphärisch besser, wenn man erstmal ein bisschen wartet. Ja, erstmal ein bisschen was anderes macht, wie wir jetzt halt einfach schlafen. Und dann hatte Korkalom genug Zeit, das vorzubereiten. Und die Zeremonie kann dann im Grunde eigentlich auch starten. Sind wir denn schon soweit? Scheint noch nicht spät genug zu sein. Huch, entschuldige. Äh, entschuldigt, das hat gerade ein bisschen gerumst hier. Ist mir etwas umgefallen. Aber wenn Iberian jetzt hier ist, dann können wir doch kurz in seine Gemächer gehen und seine Kisten ausnehmen, oder? Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Machen wir das doch mal eben. Ich glaube, seine Frauen sind noch hier. Aber denen ist das vollkommen egal, wenn wir hier die Kisten aufmachen. Das kümmert die nicht so wirklich. So. Na, Natalia? Wie geht's dir? Ich gehe nur an die Kiste. Das ist doch vollkommen legal hier, ne? So, links, links. Na toll. Links, links, rechts, links. Gras, links, links, rechts, links. Links, rechts, rechts. Wundervoll. Was haben wir denn da? Ein bisschen Erz, ein bisschen Gras, ein bisschen zu essen, ein bisschen Tränke. Finde ich gut. Nehmen wir gerne mit. So, dann bin ich heute weg. Hab noch einen schönen Tag. Warum ist hier eigentlich die Hälfte der Fackeln aus? Sogar mehr als die Hälfte. Na, egal. Ich hinterfrag das nicht. Hallo? Wie heißt du? Irgendwas mit C. Wenn ich dich jetzt anvisieren könnte. Chani? 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 Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Also, es sollte ja irgendwas sein, was man auf Deutsch vernünftig aussprechen kann, weil Gothic ein deutsches Spiel ist. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht Chani sein, sondern eher Chani. Chani? Ha. Ja, wer weiß, aus welchem Spiel Chani ist? Wenn ihr das wisst, dann habt ihr einen guten Spielegeschmack. Links, links, rechts, links, rechts, 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 links, links. Wundervoll. Okay, es ist genau das gleiche wie gerade eben, bloß ein bisschen mehr davon. Da beschwere ich mich nicht drüber. So, haben wir hier im letzten Raum auch noch eine Kiste? Tatsache. Nein. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Natürlich. Ganz am Ende ist dann kein Links mehr. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Ui. Da haben wir nochmal ordentlich Erz. Den nehmen wir gerne mit. und auch die Magantränke. Die Magietränke nehme ich auch gerne mit. Denn man kann niemals genug Magier äh, man kann niemals genug Magier haben. Ja, das ist vielleicht auch wahr. Aber ich meinte eigentlich, oder ich wollte eigentlich sagen, man kann niemals genug Mana haben als Magier. So, sind wir jetzt soweit mit der Beschwörung. Ich möchte nochmal eben speichern. Gucken wir uns das doch mal an. ob jetzt was passiert, ob das schon spät genug ist. Na, scheint ja nicht. Hm, ich hätte vielleicht bis Mitternacht schlafen sollen, bis zum Abend. Ja, was machen wir denn jetzt in der Zeit? Also jetzt nochmal hinlegen, ist auch doof. Wir haben jetzt so lange geschlafen, das sind wir ja viel zu aufgedreht jetzt. Weiter schlafen geht gar nicht. Na, wir haben die Nacht und den Tag einmal komplett durchgeschlafen hier. Moment, sind gerade die Lichter angegangen? Ich glaube, dann könnte es spät genug sein. Ich gehe nochmal eben zurück. Oh, diesmal geht der Mond hinter dem Berg auf. Irgendwie habe ich so ein kleines Déjà-vu. Naja. Äh, du gehst wieder? Lass mich vorbei. Du bist doch schon längst an mir vorbeigegangen. Entscheide dich mal. Aha. Ja, jetzt sind die Lampen hier an. Das könnte der Moment sein, auf den wir gewartet haben. So, gucken wir mal, wie die Anrufung läuft. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. vereinigt eure Gedanken, auf das der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Schläfer erwacht. Schläfer erwacht. Schläfer erwacht. Ja, Meister, was ist geschehen? Was ist geschehen? Was ist geschehen? Was ist geschehen? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Ja, damit haben wir endlich das zweite Kapitel hinter uns gelassen. Ja, damit haben wir endlich das zweite Kapitel hinter uns gelassen. Ähm, äh, 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 verdammt, ich habe den Titel des Kapitels nicht gelesen. Ich glaube, der Titel des Kapitels ist Artefakte Uralter Macht. Aber das könnt ihr dann selbst ja nochmal sehen, indem wir im Video zurückspulen und so. Ja, das sind doch interessante Geschehnisse, die hier passiert sind, die hier geschehen sind, wie auch immer. Interessante Ereignisse. Also der Schläfer scheint tatsächlich eine, eine Entität zu sein, die Visionen schicken kann. Also es scheint alles nicht nur sich um Hirngespinst hier zu handeln, was die machen. Ja, also Sektenspinner, vielleicht ist es doch nicht so sehr Spinner. Außer natürlich irgendwie Iberion hat da Taschenspielertricks betrieben, aber eigentlich wahrscheinlich eher nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wir werden sicherlich mehr herausfinden in der Zukunft. Aber ich würde sagen, ich, das ist ein, ein schönes Ende für diese Folge. Es ist zwar nicht so ein starker Cliffhanger, empfinde ich jetzt jedenfalls, aber ihr könnt gespannt sein, wie es weitergeht. Ich bin es auf jeden Fall auch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.